Meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, hier sind Revi und Freddy. Guten Tag, Frau Merkel. Richtig. Ja, gut. Dann sind wir doch zum Konsens gekommen, oder? Nö. Ja, meine lieben Freunde, was geht ab? Krüppelfinger-Crew am Start. Aua, Leute, mit dabei ist heute der bezaubernde, wunderbare Revinzeit. Und Freddy ist auch mit am Start. Hallo, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Leute, wir haben heute Folgendes vor, und zwar ist es nach Jahrzehnten, glaube ich soweit, nach Dekaden der Warterei, Leute, kehrt das Untertitel zu euch mit einem wunderbaren von mir erspielten Fortnite-Gameplay zurück. Können Sie das da auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben wieder? Ich habe es selber gemacht, Bruder, selber. Ich bin die ganze Zeit nur fortan. Ich brauche eine Legitimation, dass ich das Gameplay benutzen kann. Deshalb, Leute, gibt es heute wieder Ultratalents. Und wenn ihr wieder mehr Ultratalents sehen wollt, dann smash auf jeden Fall einen Lock-Button da oben, Leute. Vielleicht hätte ich einen Bock drauf. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Bitteschön, junger Mann, was können Sie? Hallo. 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 Alles gut bei dir? Hallo. Ja, okay, machst du dein Talent vielleicht? Ja. Ich muss kurz kleine Kettensäge anmachen. Wie heißt du? Der kleine Nils. Ich heiße Jonas. Jonas. Ja, schön. Willkommen hier, Jonas. Du hast noch genau 20 Sekunden Zeit, mich zu begeistern, sonst bist du raus. Hallo. Ja, aber der steht auf dem Tisch und da ist eine Kettensäge. Kann man ihn nicht nehmen, ne? Äh, schönen Tag dir noch, Jonas, ne? Darf ich ihn mal grüßen? Ach. Scheiße, Mann, habe ich das nicht vermisst, Alter. Es wird hier nicht gegrüßt. Wir sind keine Grüße, dein Verdammt normal. Gottes Willen, Alter. Nehmen wir ihn mal hier ganz los. Was bist du? Hallo? Was kannst du? Kann Doggy singen. Ach, stimmt. Das haben wir ja verpasst jetzt, ne? Hm. Mach. Der erste Blick und der erste Kontakt. Ich schaue in deine Augen, wie du merkst, werde ich schwach. Ich laufe... Okay, warte. Ähm. User was moved out of your channel. Stabil, stabil, stabil. Bann. Stunde. Tut mir leid, du musst da... Freddy hat gesagt, du kriegst da für eine Stunde ein Bann. Ich will das nicht, nur dass du es weißt, ja? Mach weniger, mach weniger. Okay, eine Minute. Ja. Musst du jetzt auch über deine Fehler nachdenken. Lern das nächste Mal einen Text, ja? Wir sind ja nicht irgendeine Show. Wir sind immer das Ultra-Talent, das Original-Talent. Scheiß drauf, ob's... Weiß ich, wie sie alle heißen, die ganzen Minecraft-Kanäle nachgemacht haben. Wir schon des Originalen, da kommt keiner ran. Ja, genau. Ich mache ein Wix-Tut-Tut-Tutorial. User was moved out of your channel. Ja, hallo, Tut. Ich mache ein Wix-Tutorial. Das klingt auf jeden Fall so, als hättest du das noch nie in deinem Leben gemacht, von deiner Stimme her, aber mach mal. Ich mache auf österreichisch, wenn es für euch in Ordnung ist. Absolut nicht, aber ich freue mich drauf. Ich fühle mich wie bei dem Buddy. Ja, ich freue mich auch. Sorry, wie du... Ich weiß, du hast dir den Finger geschnitten. Erstmal, es tut mir leid. Kein Ding Hauptner, kein Ding Hauptner. Ja, grüß dich. So, du nimmst als erstes Mal deinen Schwengel... Was? Du nimmst als erstes Mal deinen Schwengel aus der Hosen. Hab ich? Ja, gut. Wenn es ein großes ist, was ich mal annehme bei dir, gell? Ja. Dann nimmst beide Hände. Du musst aber schauen, die Hände müssen warm sein, gell? Ja, sind warm. Sehr warm, ja, ja. Dann müsstest du aufhören mit Wasser oder so. Gut. Wenn du jetzt ready bist, nimmst beide Hände rum, ja? Um den Schwengel, das wird jetzt lustig, gell? Weil wir machen das im Takt. Das nennt man Bastobieren, weil wir machen es im Takt. Badumtsch. Und jetzt legen wir los, okay? Ja. Bist du ready? Ja. Im Takt, gell? Ja. Ähm, du, mach mal die Mucke aus. Äh, äh, die... Ja. Und? War gut für dich? Ich hab das bei Freddy gemacht. Ist das ein Ding? Also ist das ein Problem, oder? Nö, nö, äh, joa. Super, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Danke, Hoppner, ne? Mach's gut. Hoppner, das Ganze sofort aufspielen, das macht, glaube ich, wahnsinnig, Alter. Lass den durchdrehen. Ist Kacken ein Talent? Nein, Kacken ist kein Talent. All verstanden. Hallo? Hallo? Och, nee. Ja, mach. Baby. Mach. Baby. Mach jetzt! Eigentlich wollt ihr dem meinem Bruder nur noch was sagen. Baby? Ja. Ey, bist du es wirklich? Boah, meine Fresse. Soll ich dich bannen, oder was? Jetzt mach dein Talent. Sack ihm das, Tom. Ja, also ich kann sehr gut kacken. Dann mach. Reicht drauf. Das, das war's? Ja, Revi, stopp. Ja. Äh, nix. Auf jeden Fall, kann Klavier spielen, for real. Du kannst Klavier spielen, for real? Äh, ja, kann ich. Das ist ein Video. Warum denkst du halt, dass ich nichts mache? Warum hat... Es geht wieder los. Der hat sich gemütet. Es geht wieder los. Nein! Nein, nein, nein. Es geht wieder los. Was? Alles gut. Nee, alles gut. Durchverspielt. Du bist damit raus. Du kommst in die Band. Schau. Wir haben doch schon Gitaristen bei uns. Ja. War doch eine Gitarre, oder? Thomas, genau. Alles klar. Klauen, Humpen und Hundebellen. Das ist genau mein Geschmack. Stell dich gar nicht erst vor. Mach einfach. Das ist der Arte und der Stärkste, muss man sagen. Heute ist der Stärkste. Darf ich kurz was fragen? Ja. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Äh, 15. Wie konntest du so alt werden? Mach's gut. Ja, Respekt auf jeden Fall. Hallo, du kannst Trompete mit den Füßen spielen? Ja. Mach. Warte mal, warte mal. Ich muss kurz mal Trompete holen. Moment mal, stopp. Wie soll ich dir glauben, dass du mit den Füßen spielst? Äh, du vertraust mir doch, oder? Nein. Doch, komm. Fang an. Ich bin, ich bin... Fang an! Fang an, so lange mal! Warte, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Drei Sekunden, ja? Tolle Performance, danke, ne? Machen wir weiter mit der Angelo Merte. Guten Tag. Angelo! Meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, hier sind Revi und Freddy. Guten Tag, Frau Merkel. Richtig. Äh, wollen wir uns ein wenig unterhalten, oder? Also, ich kann Ihnen gleich, ähm, drei Broschüren der CSU schicken. Äh, ja, die hätte ich gerne. Was steht denn da so drin? Ich möchte keine Ahrara in Deutschland. Äh, Frau Merkel? Jetzt aber ein bisschen sachlich bleiben hier, okay? Es gibt sie. Und, ähm, damit muss man leben. Ja, damit kann man ganz gut leben, Frau Merkel. Ich will jetzt hier keine politische Diskussion lostreten. Also, berühren Sie sich mal bitte. Ja, da haben Sie recht. Ja, gut, dann sind wir doch zum Konsens gekommen, oder? Nö. Äh, Frau Merkel, wie lange dauert denn das denn ein bisschen, hier die Regierungsbildung mal, äh, ne? Verstanden? Wie jeder Mensch habe ich einen Steam-Account und darf ich zum Beispiel Counter-Strike. Und deswegen geht das so lange nicht voll an. Ach so, Sie spielen die ganze Zeit Counter-Strike? Ich habe Skill. Sie haben Skill, haben Sie auch noch, Frau Merkel? Wie sieht es in der Zukunft so für Sie aus, Frau Merkel? Ja. Ja, super, danke auf jeden Fall für diesen politischen Weitblick, Frau Merkel. Machen Sie es gut, einen schönen Tag noch. Nö. Ja, super, dankeschön. Ja, Frau Merkel, in letzter Zeit irgendwie ein bisschen, äh, ich weiß auch nicht, Alter. Eins singen und Gitarre. Guten Tag, du kannst eine Eins singen und eine Gitarre spielen dabei. Hallo. Ja, genau. Ja, ich kann eine Eins singen. Dann sing mal eine Eins. Eins. Perfekt, Alter. Und jetzt die Gitarre dazu? Eins. Okay, nein, ich fange jetzt ernst, die Dich an zu singen. Okay, 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 okay. I never taught I had a vice Other than you're over and over Left you in the sky with the fire below Taught I had a vice but I'm still lost in the light And I don't know what night is You're someone else something cannot to guess We let it go to one fill and one end we get I go watch this so I can we forget I go watch this so I... Danke, danke, danke. Okay, kann ich doch begrüßen? Ja. Okay, äh... Perfekt. Machen wir weiter mit Feuerwehr Sam. Feuerwehr Sam. Guten Tag. Feuerwehr Sam. Ja, fangen wir an. Okay. Bitte nicht bannen. Doch. Ich bin aktiver Spieler. Ja, das hast du dann davon. Hättest du dir vorher überlegen müssen. Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert. Wo ist mein Messer? Wo ist mein Messer? Wo ist mein Messer? Wo ist mein Messer? Denn er lasst dir... Freddy, wo ist mein Messer, Mann? Thomas hat's dir weggenommen. Wo ist mein Messer? Wo ist mein Messer? Ne, war schon gut. Äh, Fortnite Rager, Alter. Natürlich direkt im Trend. Abonnieren, um mich zu verpassen. Was kannst du? User was moved out of your channel. User was moved to your channel. Du kannst dein Priester sein. Hallo. Ja, ich kann ein Priester sein. Okay, ich bin gespannt. Okay. Darf ich jetzt anfangen? Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin gerade mal 16 geworden. Okay, glaub ich denn. Ich mach einfach. Glaubst du nicht? Nein, du bist völlig... Ich hab dir einen Kompressor draufgelegt. Erst beim Müll. Okay. Ich heiße die Gemeinde in der Kirche willkommen. Setzen Sie sich bitte. Wir sitzen. Ach, ich bin falsch. Okay, gut. Herr Jesus Christus, ewiger hoher Priester, bewahre alle deine Priester im Schutze deines Herzens. Bewahre unbefleckt ihre Hände, die täglich deinen heiligen Leib berühre. Bewahre rein ihre Lippen, die gerötet sind von deinem kostbaren Blut. Ähm, ganz kurz. Ganz kurz. Äh, darf ich es noch meinen YouTube-Kanal pushen? Ja klar, fangen wir an. Abonniert Lupo. Ja, schade. Sucht man nach Lupo, ne? Findet ihr bestimmt. Haha. Okay. Kann Spanisch singen. Hi. Hi. Hallo. Ja, los. Ja, wir können Spanisch singen. Das dachte ich mir. Ja, go. Ja. 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 Ja, wollt ihr auch anfangen oder nicht? Ja. Aber du bist so anders als die anderen und ich will dich in den ganzen Tag. Also ich mag die Rentsy, den das gesungen hat. Das will nicht. Das hat's gesammert. Hallo. Danke. Danke. Ihr habt so schön gesungen, ich hab gesammert, ne? Grüße gehen raus. Tschüss. Das hat sich so erotisch gerade bewegt, ich konnte nicht anders, aber ich muss... Ja, das bewegt sich die ganze Zeit, du bist da dran gekommen. Ah, okay. Das bewegt sich den ganzen Tag. Ah, okay, okay. Stefan! Boi. Stefan? Ja? Ja, dann mach mal deine Show hier. Fangen wir an. Ich hab's vermisst. Ich auch. Ja. 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 Hallo, mein Name ist Stefan und herzlich willkommen bei Inside Total. Heute zu Gast der wunderbare Sturmwaffel und die bezaubernde Ariana Grande. Und hier ist der Gastgeber, Revieral. Ja, guten Tag, die Damen, meine Herren, Herr Stromwaffel, ja, Alter, was ist denn da passiert? Jetzt hätte ich gern Nippelbart, habe ich aber nicht, aber ich habe da zwei Nippelhaar, darf ich da mal spielen? Nö, aufdauert die Scheiße, muss ich mir nicht mehr antun. Oh ja, die, geben Sie mich mal, Frau Grande, Frau Grande kann nicht mehr auf den Traum steigen. Frau Grande, sind Sie es? Ah, Ariana! Ah, Ariana, ja gut, Dankeschön. Kein Problem, kein Problem. Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, mein Junge, ne? Endlich mal jemand, der mit mir im Geiste verb... Oh. Ich würde hier auseinandergebrochen. Endlich mal jemand, der mit mir im Geiste verbunden war, hä? Ja, ja, schön, schön, hä? So. Du kannst Gitarre spielen, LOL. Vielleicht ist es zu lieb. Sees, hallo. Saas, mach einfach. Haas. Haas. Ich spiele eine spanische Romanze. Ah, perfekt. Oh, geil. Oh, nee, pack mich nicht mehr an jetzt. Ich fehle jetzt. Alles gut. Okay, hört mir zu. Ah, Frederic, wenn ich dich ansehe... Singst du auch? Nein, siehs. Nee, auch. Frederic, was heute singt, sind die Worte aus meinem Hals. Frederic, ich würde alles für dich tun, wenn ich dich sehe. Ja. Mein Herz macht einen Sprung, Frederic. Ich kann nicht aufhören. So, Junge. Ich kann nicht aufhören, ehrlich zu denken, Frederic. Doch es gibt diese eine Sache, die ich dir schon ewig sagen wollte. Wenn du diese Daniel Wellington und eine Replik-Interview-Überschreibung kaufst, Frederic, dann werde ich dich zu meiner Seniorin daneben. Danke schön. Hallo. Ja, danke. Ich bin auch fertig. Tschau, ne? Tschau, genau. Guten Tag. Ein Alphastein-Imitar. Deswegen haben wir was ganz Neues. Okay. Hey, 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 wie was geht? Alter, das ist Alphastein, echte Stimme. Boah, das ist wirklich richtig. Hey, ich weiß. Dann wieder blick, Alter. Kann es sein, dass du eine Menge Drogen genommen hast in der Zwischenzeit? Ich glaub's schon. Ähm, ja. Ich bin zu alt dafür. Alter, was geht's los? Du musst die Stimme voran. Revy ist am Wein. Sie sind für die Verbesserung, Verbesserung, Stakel und Zitter selbst in der Anwesenheit. Äh, ganz kurz. Mach's gut, ne? Toller Abschluss, toll. Ich, Freddy, ganz kurz. Ich glaube, wir können sagen, dass auf jeden Fall Angela Merkel gewonnen hat, oder? Angela, ja. Hallo, Angela Merkel. Du hast heute gewonnen. Das ist klar. Ja, das Schöne ist, du hast schon Premium. Das heißt, ich muss kein Geld für dich ausgeben. Ich habe skill. Möchtest du mir kurz deinen Minecraft-Namen schreiben? Frau Merkel. Super. Dann wünsche ich dir viel Spaß damit, ne? Ich habe skill. User was moved out of your channel. Ja, weißt du auch nicht, Frau Merkel scheint immer älter zu werden. Das geht wohl, glaube ich, ein bisschen auf Synapsen. Leute, das war's von diesem wunderschönen Part von Ultratalent. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und ich möchte euch jetzt alle nochmal dazu... Aua, verdammt, ich kann nicht auf diesen Finger rumhauen. Ich möchte euch dazu alle encouragen, meine Freunde. Dass ihr jetzt hingeht, euch zu Sipp zuhause hinsetzt und sagt, okay, wir wollen dieses verdammte Ultratalent gewinnen und wir brauchen eine geile Show. Wir brauchen eine verdammt geile Show. Und jetzt liegt es an euch, Leute. Geht hin, konzipiert etwas Geiles für unsere Sendung und dann seid ihr die nächsten Stars am Minecraft-YouTube-Fortnite-Apulett-Himmel. Ihr wisst Bescheid. Schaut mal Sturmwahl vorbei. Geile Zeit. Lasst einen Daumen hoch fürs Gameplay. Und das war's. Hau da rein. Auf Wiedersehen. Bis nächste Woche. Tschüss.